Seit Wochen wird über die Lieferung des Kampfpanzers Leopard 2 an die Ukraine diskutiert. Doch was macht das Kampffahrzeug aus deutscher Produktion so begehrt? Überlegene Technik. Der bis zu 70 kmh schnelle Leopard gilt als einer der besten und modernsten Kampfpanzer der Welt. Die Bundeswehr nennt als Vorteile die Kombination aus Feuerkraft, Panzerschutz und Beweglichkeit. Mobiler Angriff. Gegenüber den russischen T-90-Panzern habe der Leopard den großen Vorteil, dass er aus voller Fahrt schießen und treffen könne, erklärt Ralf Raths, Leiter des Deutschen Panzermuseums, präzise Kanone. Mit seiner 120 mm Glattrohrkanone kann der Panzer Ziele in einer Entfernung von mehreren tausend Metern treffen. Die maximale Kampfentfernung beträgt 5000 Meter. Ob die Ukraine zeitnah den begehrten Panzer erhält, hängt aktuell noch von Bundeskanzler Olaf Scholz an.